Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen, dass die Partei eigentlich nur ein Ziel hat, Stimmen zu gewinnen und den größten Teil der Anteile auf sich zu vereinen, um dann größer werden, wachsen. Das ist so wie das Wirtschaftswachstum bei großen Konzernen in der Vergangenheit. Und das soll ja nun auch abgeschafft werden, wie die WEF-Größen beispielsweise uns immer wieder erklären, wie Herr Schwab, dass wir jetzt einen Stakeholder-Kapitalismus bekommen sollten. Vielleicht sollte man darüber auch mal im Parlament sprechen. Indem man sagt beispielsweise, wir müssen jetzt nicht mehr wachsen, sondern wir müssen uns einfach mal um die Menschen kümmern. Die Parteiendemokratie ist keine Lösung, sondern eigentlich ein Problem, welches eigentlich dadurch erst entsteht, da die Partei und die Fraktionsvorgaben vor dem Bürger stehen. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat einfach wirklich entweder keine Ahnung oder er lügt da an der Stelle auch ganz klar bewusst. Ja, es geht ja vor allem, wie wir jetzt doch alle merken können, keinesfalls mehr vorrangig um das Wohl des Volkes, sondern es geht tatsächlich, wie wir jetzt an dieser aktuellen Diskussion über die Mandate sehen, um das Sichern des eigenen Platzes an dem Trog. Und natürlich auch dürfte es sich handeln um eine diffuse Furcht vor einem bevorstehenden Bedeutungsverlust. Ja, also ich habe das ja mal gesehen, was du gerade sagst, um das Volk kümmert man sich nicht. Ich war vor vielen Jahren mal mit einem ehemaligen Ministerpräsidenten hier aus Kanada im Deutschen Bundestag eingeladen. Und wir sind dann dort in den Katakomben der Bundestagsabgeordnetenhäuser herumgelaufen, in den gesamten geschlossenen Gebieten, die mehr oder weniger abgekanzelt vom Volk sind. Und man hat wirklich genau dieses Gefühl. Das Einzige, was in dieser Legislatur, was in diesen Parlamenten stört, ist das Volk selbst. Völlig abgekoppelt, eine völlige Parallelwelt. Man braucht mit dem Volk nichts zu tun haben, wenn man es nicht will. Und ich habe das Gefühl, die meisten wollen es auch nicht. Das zeigt sich sehr deutlich, was durch die Parteien da letztendlich entstanden ist. Die völlige Entfernung vom Volk, aber dann entsprechend die Anbiederung an das große Kapital, was sich dann in der EU, WEF und so weiter widerspiegelt, wenn sie dann dort alle eingeladen werden. Man muss erst mal erkennen, worum es hierbei geht. Es geht also offenbar gar nicht um die Einhaltung irgendwelcher Forderungen, die vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben wurde, sondern um den Arbeitsplatzerhalt der Leute. Die würde man nämlich den Bundestag, entsprechend der Politiker, nämlich der Abgeordneten, ich nenne sie auch immer gern die Abgehefteten, das ist ja etwas Ähnliches, die dort sitzen und die Belange unserer Politik dann eben halt steuern sollen, im Interesse natürlich der Menschen. Und da sind natürlich sehr viele, aber Masse ist kein Qualitätsmerkmal. Lieber ein paar wenige Gute als einen ganzen Haufen beispielsweise Nichtskönner. Und das meine ich jetzt nicht nur auf den Bundestag, sondern das bezieht sich natürlich auf alle Strukturen, die mit mehreren Menschen arbeiten. Und wir haben hier eine Situation, dass hier natürlich bei einer Reduktion der Abgeordneten, nochmal Deutschland ist nicht das größte Land der Erde, hat aber das größte Parlament der Erde, dass man da natürlich ein bisschen reduzieren sollte, auch im Rahmen von Kostenreduktion, die ja immer vorgestellt werden, das liegt auf der Hand. Aber es geht hier darum, was soll man denn mit den Abgeordneten machen, wenn sie keinen Platz mehr im Parlament haben, wovon sollen sie leben? Die meisten, zum Beispiel gucken wir uns die Grünen an, das hat ja Julian Reichelt hervorragend hervorgehoben, die haben ja alle gar keinen Beruf. Dann könnte Frau Claudia Roth dann wieder als Kulissenschieberin beim Theater anfangen, das war ihre Ausbildung. Und ich glaube, Frau Göring-Eckardt, was hatte sie gemacht? Ich glaube, Haushaltshilfe. Also was ich damit sagen will, ist eben, dass es dann natürlich schwierig wird. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, warum soll der Bürger dafür gerade stehen? Andere haben das Problem auch. Ja, also ich merke gerade, wie mein Herz ganz weich wird, wenn es diesen armen Abgeordneten dann so an den Kragen geht. Aber Sie haben ja doch auch schon einige Altersbeträge angespart, oder? Ja, das ist ja das ganz Unverschämte eigentlich bei dieser Geschichte, dass Sie als Vertreter der Bürger innerhalb weniger Jahre sich eine Altersversorgung aufbauen. Deshalb sind ja auch alle ganz scharf darauf, dort hinzukommen, nicht um sich für die Menschen einzusetzen. Also das glaubt jemand, der mit dem Klammerbeutel gepudert wurde. Also hier geht es tatsächlich darum, dass Menschen 40 Jahre hart arbeiten und dann an der Hartz-IV-Grenze schrappen, während die im Prinzip in zwei Legislaturperioden sich ein gigantisches Altersversorgungsportfolio, ähnlich wie bei den Medien, sehen wir das ja, an anfressen. Und das ist natürlich eine wirkliche Problematik. Und das gehört auf den Tisch. Und es kommt auch immer mehr auf den Tisch. Ja, wir wollen mal hier trotzdem noch diesen Kommentar zu Ende lesen, weil der eine oder andere vielleicht immer noch nicht so ganz verstanden hat, wie das ganze System aufgebaut ist. Also es heißt hier, die Vergrößerung als Verkleinerung darzustellen, ist nur eine von mehreren Skurrilitäten dieses Politspektakels. Der weitaus dramatischere Akt ist die handstreichartige Abschaffung der sogenannten Grundmandatsklausel. Es waren ausgerechnet die Sachverständigen von CDU und CSU, die der Ampelkoalition die Argumente lieferten, um die Verfassungswidrigkeit der Regelung zu behaupten, wonach der Gewinn von drei Direktmandaten ausreicht, um die bundesweit geltende Fünf-Prozent-Hürde bei der Anrechnung der Zweitstimmen außer Kraft zu setzen. Und das hat sich die Ampelkoalition nicht zweimal sagen lassen. Denn hier bot sich doch die theoretische Möglichkeit, nicht nur die Linkspartei aus dem Parlament zu kegeln, sondern die CSU gleich mit. Ja, wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Wir haben ja, jeder weiß, dass der schon mal gewählt hat, zwei Spalten bei den großen Bahlen. Auf der einen Seite ist es die Partei und auf der anderen Seite sind das irgendwelche Abgeordneten, die dann dort vorgeschlagen werden, die man dann ankreuzen kann. Und hier besteht schon mehr oder weniger ein Grundproblem. Ich persönlich würde zum Beispiel dafür plädieren, dass es überhaupt keine Fünf-Prozent-Klausel gibt von Parteien, sondern dass es grundsätzlich nur Abgeordnete gibt und die auch parteilos untereinander aufgeordnet werden. Und durch diese Doppelwahl haben wir die Situation, dass in einem Gebiet zum Beispiel, nehmen wir mal an, die CDU die meisten Wahlstimmen bekommt, aber ein SPD-Abgeordneter in einem bestimmten Bereich eine sehr hohe Zusage hat. Und jetzt bekommt also sowohl die CDU mit einem Abgeordneten einen Platz im Bundestag, zuzüglich dieser eine, der eigentlich gar nicht gesamt gewählt wurde, sondern individual gewählt wurde. Das, so habe ich das verstanden, sind diese Übergangsmandate, die sich da widerspiegeln. Ich habe da, das muss ich mal ganz klar sagen, ich bin da auch in einem unsicheren Eis unterwegs. Wenn du glaubst, ich kann alles, da irrst du dich an dieser Stelle wirklich. Und ich habe mit einem Professor mal darüber gesprochen, in Nürnberg, der sich mit Wahl- und Parteienrecht und auch mit Parteienfinanzierungsrecht beschäftigt. Und er sagte, es gibt nur ganz wenige, die das beherrschen. Und er selbst als Parteienexperte und ich sage mal Vollakademiker für diesen Bereich, dieses Thema nicht gänzlich durchblickt, sagt er. Und das zeigt die Absurdität. Anstatt jetzt in diesen Systemen rumzubasteln, sollte man ein neues Wahlrecht haben, in dem man sagt, Menschen, die in einem Wahlkreis zur Verfügung stehen, können sich eben halt zur Verfügung stellen. Die Menschen wählen das. Und ich würde die ganzen Parteienstrukturen an der Stelle, das wäre der ideale Vorgang jetzt bei der Gelegenheit, abschaffen. Wenn dann Parteien dabei überbleiben, ist das ja durchaus erlaubt. Aber warum muss ein Politiker überhaupt einer Partei zugehören und kann nicht unabhängig von einer Partei für sein Volk, für seine Menschen das tun, was eigentlich für sie sinnvoll ist? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!